Hallo, kennst du das Wort Migration? Migration ist, wenn sich Menschen in anderen Ländern niederlassen, um dort ein neues Leben anzufangen. Hast du gewusst, dass es Migration schon seit tausenden Jahren gibt? Mehr dazu erfährst du in diesem Video. Das Wort Migration bedeutet auswandern. Wenn Menschen all ihr Hab und Gut zusammenpacken. In ein anderes Gebiet oder Land reisen und dort ein neues Leben beginnen. Dann spricht man von Migration. Wenn du Urlaub in Italien machst, dann ist das keine Migration, weil du ja nur Urlaub machst und dort nicht dauerhaft leben willst. Du fährst ja nach dem Urlaub wieder zurück. Aber warum ziehen manche Leute eigentlich in ein anderes Land? Es kann sein, dass man in seinem Land verfolgt wird. Zum Beispiel, weil man einer Religionsgruppe angehört, die im Heimatland nicht akzeptiert wird. Oder weil man Ansichten und Meinungen hat, die nicht geduldet werden. Wenn Menschen nicht frei leben können, dann entschließen sie sich manchmal wegzugehen und woanders neu anzufangen. Es kann auch sein, dass die Menschen in ihrem Heimatland keine Arbeit finden und deshalb hungern müssen. Da kann man dann gut verstehen, dass diese Menschen beschließen, dorthin zu gehen, wo sie einfache Arbeit finden, oder? Eines steht fest, hinter jeder Migration steht eine schwere Entscheidung. Niemand gibt einfach so sein Leben in seiner alten Heimat auf. Denn man muss sich ja von seiner Familie, von seinen Freunden und von seiner Heimat trennen. Wenn man dann in einem neuen Land ankommt, muss man ganz von vorne anfangen, eine Wohnung finden, Arbeit suchen und neue Freunde kennenlernen. Oft muss man auch eine neue Sprache lernen und das ist gar nicht so einfach. Seit wann gibt es eigentlich Migration? Migration gibt es schon seit es Menschen gibt. Zum Beispiel gab es um das Jahr 400, also vor über 1500 Jahren, eine große Migrationswelle in Europa. Damals sind ganze Völker aufgebrochen, um woanders ein besseres Leben zu finden. Das Volk der Westgoten zum Beispiel oder die Langobarden. Diese große Migrationswelle dauerte über 100 Jahre und weil damals so viele verschiedene Menschen eine neue Heimat suchten, spricht man bei dieser Zeit von der Völkerwanderung. Ein anderes Beispiel ist die Zeit um das Jahr 1600. In Europa hat die Nachricht die Runde gemacht, dass es da einen unbekannten Kontinent gibt. Amerika. Zahlreiche Europäer, denen es zu Hause nicht gut ging, haben damals ihre Sachen gepackt. Viele Spanier segelten Richtung Mittelamerika und ließen sich dort nieder. Aus ein paar Auswanderern wurde ein ganzes Volk. Das ist auch der Grund, warum man heute in vielen Ländern Mittel- und Südamerikas Spanisch spricht. Viele englische Migranten segelten die nordamerikanische Küste an und begannen dort ein neues Leben. Die englischen Siedlungen wuchsen und wuchsen und viele Jahrzehnte später wurde daraus ein eigenes Land. Die USA. Auch heute gibt es natürlich viele Migrationsbewegungen. Vor 50 Jahren zum Beispiel hat man in Deutschland dringend neue Arbeitskräfte gebraucht. Also hat man unter anderem Türken und Leute aus Ex-Jugoslawien eingeladen, nach Deutschland zu ziehen, um hier zu arbeiten. Viele türkische Familien kamen nach Deutschland und haben sich hier angesiedelt. Häufig haben sie in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Ein anderes Beispiel sind Menschen aus armen Ländern in Afrika, die nach Europa wollen, um dort ein lebenswertes Leben zu finden. Doch welche Auswirkungen hat eigentlich Migration? Forscher haben herausgefunden, dass die Migranten sind. Dass in der Steinzeit Menschen, die nach Europa gezogen sind, den Ackerbau mitgebracht haben. Vorher wussten die Leute in Europa nicht, dass man Getreide auf Feldern anbauen kann. Durch Migration können also Wissen oder neue Nahrungsmittel weitergegeben werden. Migration kann aber auch zu Konflikten führen. Denn die Menschen, die aus der Fremde kommen, haben manchmal einen ganz anderen Lebensstil. Vielleicht haben sie auch eine andere Religion oder sie sprechen eine andere Sprache. Manche Menschen haben daher Angst vor den Einwanderern oder davor, dass die Neuen ihnen etwas wegnehmen könnten. Solche Konflikte zu bewältigen kann ganz einfach sein. Wenn man aber aufeinander zugeht, einander zuhört und sich kennenlernt, dann merkt man, dass der Neue auch nur ein Mensch ist. Wie du und ich. Kennst du selber Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, um hier ein neues Leben anzufangen? Vielleicht in deiner Klasse? Was haben sie Neues mitgebracht nach Deutschland? Migration birgt Chancen und Möglichkeiten. Die Konflikte, die Migration mit sich bringen kann, kann man lösen, indem man aufeinander zugeht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.